Ein neuer Renault Katja ist hier zum Verkauf angeboten. Der rote SUV ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, Dachrailing, Bordcomputer und noch vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 131 PS auf ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017